So, da sind wir wieder. Heißt ja, bei Cheap, bei Twice, deswegen war so günstig, wir müssen wiederkommen, ne? So, Nachtsicht auf und... Laser? Ja. Ja. Ja, wir reden ganz wie die Professionellen, haben wir schon zehn Tonnen mal gemacht haben, aber gleich stolpern, wir wollen den. Ja, weil er hat er dann auch auf die St Was war das denn, Alter? Oh, ich hab ja mal gehört. Oh, hier. Oh, ich bin tot. Nö, in einer softurt Schuss. ich glaube ich werde beschossen, könnt ihr mal kommen, ich glaube ich werde beschossen ich habe euch geholfen ich habe hier alle gesichert, alle Suspects ok ok das lief doch gut so, was wollen wir machen? was ist jetzt hier los? ich versuche einfach die Reife zu schießen ach so ok ist jemand noch drin? können wir gar nicht sehen, ne? alles abgeschlossen so, ich schließe auf, ne? ja ich weiß nicht ob Trap ist, glaube ich aber nicht da ist einer drinnen, da ist einer drinnen oh, nein oh, ey so ne, komm nicht raus warte, mach mal kurz ne bite, bite twice fahrzeug seht ihr die Beine, können sie die Beine sehen? das wissen wir aber nicht was halt ist, ne? ja der ist weggerannt das muss ein Gegner sein oh, zivilisten, weißt du äh, soll man restarten? ja, ne, mach mal richtig und weg weg so, also nicht übermäßige Gewalt guck mal der Blut so sieht die aus schau doch, äh, Kriminal oder, äh ja, aber was willst du in dem Moment machen? oh, scheiße, das wollte ich nicht fuck ja, ja das war jetzt ein Warnschuss ja, wir kommen ja, damit sie überhaupt nicht wissen, dass wir jetzt da sind, ne? um direkt vor uns links hat eine schrotflinte der ist hinter dem van der ist hinter dem fahrzeug gegangen der ist hier direkt links ist weg ok nice 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 oder macht doch gibt doch geräusche von sich direkt rechts am fahrzeug ist ein gegner ja so klein bisschen aufmachen hier ist auch eine tür leute hier links ich muss kurz ich muss kurz auf links machen ich sehe ein der geht so als hätte eine waffe da habe ich aber noch nicht gesehen siehst du den müssen rechts im grusen das ist nicht einmal ein gegner geblendet aber wir hatten die fläche über den zaun geworfen hat war geil so rechts das liegt das bin ich das will ich heute das war nicht so gut da vorne so erinnig genau jenis was sein nur hat nichts allerdings und macht er hat aber nicht sollten nicht nur auf den achten ist nur auf den achten ja ja auch immer weiter ich versuchte zu bedienten was machst du da wir gucken die können das war kein zivilist das war kein zivilist was ist getötet ja der hat eine schutzweste aber zu list er hat eine schutzweste, warum hat der eine schutzweste an? warum Bum Bum das ist die Wiesdaten das ist das Mobbing hey, das ist einfach die Terroristen haben Waffe alle anderen nicht egal wie die aussehen das ist kein Zivilist also wir sind hier ganz neutral weißt du die Diversität, jeder stirbt so ok, du guckst wieder ne? oder sollten wir jetzt pieken einfach? naja, warte mal guck direkt rechts hat eine Pistole in der Hand, ist auf jeden Fall kein Zivilist ja, ich kannte so ne Stungranate oder machst du schon da ne Flash? ja nein, nein, mach mal Stun direkt rechts haste warte, 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 warte direkt rechts ja was war das denn? ich glaub nicht dass das geklappt hat dir hat man die Tür im Blick hab mal die Tür im Blick hier stahl wir sichern hier ja wo sich der ab hier wo der war wo die tür ja ich habe mich schon gefragt ich frage mich gerade so ja okay das heißt meistens das ist die tür gekommen er ist durch die tür um ich sehe nach links ab ich habe recht auf gesichert links ist nix links frei die tür wo du bist wird durchgeschossen das ist der wilde bot glaube ich ja ja hier wurde geschossen sauber hat er schießt sich die tür das stammt der stadt der dritte sie hat eine pistole und ist direkt gegenüber links er macht sie vier halb liegen macht man hat sich noch nicht viel ich ziehe ab okay 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 und ich gehe weg oder war eine trappe gewohnt wird Wartemann wurde tot ist ich tot oder der ist ein bisschen mehr verraten muss kommen und wo ich bin vorgegeben ich bin der Hauptsitzel aufs ich kann nicht sehen hier Scheiße Ich reingekommen! Oh, ist tot! Shit! Warte mal, ich flash mal! Ab 1! Ist das zivilist oder was das? Ich hab keine Ahnung! Ich weiß nicht wo, ich weiß nicht wo! Hab den! Okay Wie sichere die Leiche? Ist sicher die Leiche Ist sicher sein Tod Haben wir auch die Waffe, die Waffe müssen wir auch sichern So Talk to Entry Team Copy that Entry Team Notifying Trailers So, warte mal kurz 5 war das, ne? Hab kein... Was ist los, Fredrik? Mir wird, wenn ich R drücke 4 Magazine angezeigt 1 Layers 3 noch Hier ist ein Gegner drinnen Hinter dem Schreibtisch links Ach, wir haben nicht unendlich Munition Anscheinend nicht Scheiße Also hier Sagst du hier drinnen ist einer? Ja, hier auch, hier auch Hier vorne direkt an der Tür mit einer Maschinengewehr Pass auf, ich peek Oh, okay, pass auf, ich peek Und werf dann so eine Granny da rein Mach Ich hoffe ich Also mich hat so erwischt Ich hab den Hat gar nichts gebracht, aber Und in dem Raum war auch einer direkt am Schreibtisch mit Pistole, der Oh Oh Oh, 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 oh Der schießt durch, der schießt durch, der schießt durch Ah Weiß ich Ich hab gegen die Tür getreten aus Versehen Oh Hat er jetzt die Tür aufgemacht? Ja, ja Hm So Warte ich sicher eben die Waffe hier Warum atmet der noch so komisch? Der ist noch am Röcheln, ne? Ja, gib ihm mal sechs Jahre So Hier ist, äh, die Werkstatt Aber ich seh keinen Gegner Links ist die Treppe, die nach oben, das nach oben geht Stopp mal hier Hier hinten war auch noch eine Tür, oder? Warte, hier unten War da noch ein Tür? Ich meine, ich guck mal kurz So Ja, hier ist noch eine Tür Hier sagt einer, Cops, kommt ihr zu mir, kommt ihr zu mir? Ja 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 Der hat keine Waffe? Nice Hast du die Tür aufgemacht? Nein, nein, aber da hier ist noch eine Zivilist gewesen, ich weiß nicht Der stand hier vor mir einfach die, scheiß Da Hast du ihn, hast du ihn? Ja, habe Okay Ich habe nur noch ein Magazin, Leute, ne? Der hat er verfolgt? Der hat er verfolgt Nee, äh, Double R Also, zweimal R Äh, ja Wer ist? Jetzt können wir weiter hier, da wo wir gerade waren, ne? Weil hier, hier ist noch eine Tür, ne? Da, wo ich hinzeige Ja Da ist noch eine Tür, da kannst du einmal reingucken, eigentlich Mach ich Läuft eigentlich, ne? Bis auf die, äh, Munition Hier ist nix Ich habe hinten den Blick, ne? Weiß Allah Mit der Weste Runter Da ist aber nix, die ist links gegangen Ja Oh, hier ist großer Raum, Leute, hier ist großer Raum Erstmal links Scheiße Irgendwie habe ich Ladehemmung oder was ist hier los? Direkt vor uns Oh, Leute Hier war erst weggeleven ohne Waffen Dann kommt nichts in raus Mit Waffen Aber wer ist ein normale Mensch? Macht das denn? Ja Ja, aber eigentlich, jede, die wegrennt, die soll sofort erschossen mögen Ich wollte jetzt wieder erschießen, weil ich dachte, wenn ich diesen Zulisten töte, dass sie mich wieder hinrichtet So, ich mach wie es dort Willst du nicht dann Laser-Ausholstall? Willst du nicht dann Laser-Ausholstall? Willst du nicht dann Laser-Ausholstall? Meine Pistole hat keine Laser Ah Okay, soll ich jetzt drunter gucken, oder? Ja, guck mal Also, wir versuchen Ich fläche wieder links nach hinten, ja Also, ich sehe hier keinen Ich mache es Ihr könnt drüber flashen Ja Ich pieke die Tür Ich sehe keinen Die Tür ist alles wieder in den Raum drin Ja, einer ist da drin Ihr könnt einmal rein flashen Hier ist sicher Ja Auch Ich weiß nicht Ich treffe da irgendwas Du kannst die Tür mal aufmachen Gucke auf den Ring-Trap Ja Aufsteht Aufsteht Ich habe nur noch drei Magazine Oh, das war ein bisschen heftig Oh Scheiße, der hat das überlebt Wie konnte der das überleben? Er hat drei Schüsse im Bauch Er hat drei Schüsse im Bauch Hehehe Was zum Oh, Massaker hier Ich habe ihn aber auch mit diesem Bridge Shotgun geschossen, ne? Ach so, ja Guck mal, der will auch abhauen Scheiße Bleib jetzt stehen hier Was ist da passiert? Ich schau einfach ob der eine ist oder nicht Ich gehe mal jetzt, äh Ich gehe da links rum Da ist er Ja 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 Der ist daun Der ist daun Okay, haben wir, haben wir. Eingeschüttet quasi. Okay, ich peek mal. Keine Falle. Ja, ich hab rechts im Blick. Nichts, nichts, nichts. Okay, ich guck einmal drunter her, ne? Ja, mach mal. Oh, scheiße, ich hab die falsche Tasse gedrückt. Warte, ich schließe sie wieder. Nee, falsche Tasse. Oh, Alter. Oh, komm, noch ein, ein, ein letzten Neustart. Ein, ein, ein letzten Neustart. Oh, Gott, ey. Die Konzentration ist nachgelassen bei uns allen. Ey, das ist doch... Oh, mein Gott. So, last try. Ja, was sagst du, seit drei Runden? Einfach für die Aufnahme, so, last try. Last try. Last try jetzt, aber jetzt wirklich last try. Ich guck wieder diesmal vorsichtshalber drunter her. Ja, hast du geguckt? Oha. Scheiße, voll. Ja, gut, warum... Ja, ich auch nicht. Aber warum liegt F und G denn nebeneinander? So. Ja. Links, ich weiß nicht, ich konnte zivil... Nee. Ich glaub, der hat ne Pistol in der Hand. Rechts. Also, links hat einer ne Pistol in der Hand. Go. Ist nicht mehr. Ich hab Pfeffer Gun, Pfeffer Gun. Ja? Dahin ist noch einer. Ist auch einer? Ja. Ich nehm den mal fest hier. Was war ein Suspect, oder? Hat er eine Waffe gehabt? Ich sehe keine. Doch, hier ist was. Clear. Was war das denn jetzt für eine Explosion? Es war da ein Nate, äh, einfach... Ach so. ...sache... Ich hab... ...verstanden. Ich hab hier den Türkei reingemacht. Wo? Da hinten, oder was? Hier an die Tür. Die war auch nämlich... Ach so, okay. So, pass auf, ich guck mal hier durch die... ...durch die Tür hier. Ansonsten gehen wir mal wieder da durch. So. Ja, da läuft einer zwischen den Autos her. Der ist jetzt gleich links. Äh... Pass auf, ich mach auf zwischen den Autos. Zwischen den Autos, ne? Ah, jetzt ist das auch noch... Kannst du das aufschießen? Äh... Aber auch von der Seite, dass du nicht im Fokus bist. Ich glaub, Schitterer gesagt, du... Warte. Wuster, Wuster, ich hab... ...Pepergang. vor dem ab dem ab alles klar durch und mit dem einer von uns die Ablobite und also ich bin fast tot ja Prozent Ey, mein linker Arm ist schrott, ne, mein recht ist hinter dir. Was? 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 Ich hab keine Ahnung hier, ne? Boah, wir haben glaube ich mich in Zwilisten getötet, ne? Echt? Und mit wie meine ich? Du schon wieder, ne? 50, ich ne 50 Leute hier, guck mal hier. Ey, sie waren alle behindert im Kopf nach dem ganzen Gelächter so. Das war echt, sind alle so wie so Zombies gelaufen. Ist das safe, dass wir einen Zivilisten haben, oder? Ja, ist fehlgeschlagen mit einer Gux-Mission. Ah, wo ist Stahl? Da hat man das Dorn, das Stahl, da? Ja. Was? Du bist in Ruhe? Ich hab dich nicht in Ruhe. Ich hab das nichtcza divertiert. Ja, ich bin fast tot. Ja, siehst du es verschwommen, oder? Ja, siehst du es verschwommen, oder? So, stopp, stp, 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 stp. Siehst du da jemanden, oder? hey aber das wasser also man kann das erzählen hcc 4 dran machen also die müssen das setzte das alles das zerstörbar sein so sollen wir erstmal jetzt aber das wasser geht runter gott sagen sind wir fokussiert warum gehen wir nicht raum zu raum das doch noch hier warten bis zu kommen ist es jetzt leer ich wollte gerade sagen haben wir zumindest alle fische getötet wir sind alle da ja ich habe irgendwas gehörten pieten da ist ein suspect glaube ich machte eine bombe der ersten suspect auf jeden fall der ist hinten hinter dem regal ich ich pieke und mache auf ist okay jetzt noch eine tür okay da läuft eigentlich nur obwohl es ist ja schon tot ja wir sind weit weg wir sind weit weg so sicher hier die pampen ok 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 ich schaue einmal kurze durch ok das ist der flur der chance ist safe ich gucke mal wegen trap ok ok kann ich mich mit der pappen ja ach so ja ok der ist auch safe hier ok kannst aber auch schießen aber wir müssen da gar nicht rein wir müssen da gar nicht rein upsie oh oh was von unten von unten oder so alter was macht der denn woher kommt der dann scheiße ich weiß nicht wo der her sind wir alle noch im leben da läuft eben die also ich weiß ob das schon wusste ich sie es zum ersten mal will die nachhaltetaste gedrückt hätte habt ihr unten an die ganze anzahl von munition die ja quasi das wissen wir alle ich wusste es nicht ich wusste es einfach nicht so kommt man mit wir gehen jetzt erstmal kurz nach unten ja das ist gut ich glaube wenn wir nun wenn wir wirklich nachladen ist das eine magazin dann komplett weg äh hier ist offen äh hier ist offen äh das ist eine gute frage das ist offen hier alles ne nein es ist nicht komplett weg äh er zeigt dir halt unten an ich hab durch die drei magazine einer ist halb einer ist fast leer und die anderen sind halb voll ok ich kann durch die tür gucken hier das scheint safe zu sein obwohl warte ich weiß nicht ob ne trap ich glaub nicht wie dann ich seh nicht ob ich das mache äh schieß das mal auf ich krieg das hier jetzt nicht auf äh aufgeschlossen aber ich glaub dahinter ist nichts so müssen wir ja die personale zu finden ist das so ja hier sind draußen 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 ich bin tot was ist da passiert ich hab keine Ahnung man einfach die du klettern auf mich geschossen ach seid beide tot ja du machst das kommen letztes game Glück Scherf 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 Passt Oh scheiße ja ich bin tot scherf auch ich bin tot hier